Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal von CMC Markets. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Es soll heute um den US-30 gehen, also den CFD auf den Dow Jones Industrial Average in den USA, der ja jetzt gerade letzten Monat neues Rekordhoch gemacht hat, der ja lange Zeit eigentlich nicht so richtig gelaufen ist, der jetzt aber seit August dieses Jahres eine Outperformance hat. Die Industriewerte, die zyklischen Werte, die profitieren hier von den Präsidentschaftswahlen und vor dem herannahenden vielleicht Ende der demokratischen Regierung. Es könnte eine republikanische kommen oder die Demokraten machen es nochmal. Da hat ja jeder seine eigene Meinung. Da soll es aber in diesem Video nicht drum gehen, sondern ich möchte über die Zyklik sprechen und ich möchte auch über die Charttechnik sprechen im US-30 Cash CFD, den bei CMC Markets möchte ich mir mittellangfristig anschauen. Wo könnte es denn da noch hingehen? Und schon mal vorweggeschickt, es könnte hier nochmal deutlich nach oben gehen. 40% Potenzial lassen sich ableiten charttechnisch. Allerdings das Risiko ist größer als diese 40%. Das, was es damit auf sich hat, möchte ich dann im Chartverlauf im zweiten Teil des Videos zeigen. Zunächst mal ein Wort ganz kurz zur Zyklik. Man kann nämlich, und das hat Dimitri Speck von Seasonax zuvor, waren der Seasonalcharts.de, auf der Webseite kann man sich, auf den Webseiten von ihm kann man sich ja da umschauen. Da gibt es dann eben auch diese sessionalen Charts. Und da hat er von 1899 bis zum Jahr 2020, ich glaube bei Seasonax sind sie da nochmal aktueller, aber der Chart, den ich jetzt hier habe, ist eben genau dieser, den Verlauf des Dow Jones übereinandergelegt. Und sich angeschaut, wie ist denn das so durchschnittlich, wie verläuft denn der? Und hat herausgefunden, dass es eben einen Vierjahreszyklus gibt, der sich immer wieder wiederholt, zumindest im Durchschnitt. Und diesen Vierjahreszyklus kann man eben praktischerweise auch übereinanderlegen mit den Präsidenten in den USA, die ja auch ziemlich akkurat immer vier Jahre da sind und dann entweder nochmal eine zweite Amtszeit bekommen oder abgewählt werden. Und ja, da sind wir ja jetzt in einem Wahljahr. Am 5. November wird in den USA ja gewählt. Und genau in so einem Wahljahr beginnt der Dow Jones typischerweise so im August herum eine Outperformance gegenüber anderen Aktienindizes, also S&P 500, insbesondere auch dem Nasdaq. Und genau das haben wir auch gesehen. Wir haben seit August eine deutliche Outperformance vom Dow Jones. Und da können wir auch in dieser Zyklik schon mal in das nächste Jahr, also in das erste Amtsjahr des neuen Präsidenten, der dann gewählt wird, schauen. Und da können wir feststellen, dass von der Zyklik her bis Juli nächstes Jahr oder bis Juli in das neue Jahr dann eben eine weitere Rallye, also die Rallye sich einfach weiter fortsetzt, gibt mal eine kurze Pause im Dezember und dann eigentlich übergeordnet bis Juli aufwärts. Ob das jetzt allerdings auch dieses Mal so sein wird, naja, das kann man nicht sagen, weil das ist ja eigentlich nur der durchschnittliche Verlauf von den letzten 120 Jahren. Da hat man das Gestückel in so vier Jahresportionen oder Abschnitte und ja, gibt natürlich keine Garantie. Aber es ist eben ein Puzzlesteinchen und in der Analyse muss man sich ja irgendwo orientieren. Und die Geschichte ist ja nicht nur an der Börse, kann hilfreich sein, ist aber keine Garantie für den weiteren Verlauf. Genauso wenig wie auch die Chart-Technik. Aber da sehen wir eben auch eine interessante Entwicklung, denn wir haben hier, fehlt leider die Datumsachse, wenn ich da mit meiner Maus mal drauf fahre, dann sieht man eben, was ich hier auch zeigen möchte, nämlich diese beiden sehr starken Monate, Oktober, November 2022 war eben der initiale Impuls eines 1, 2, 3 Bodens. Hier ist der Impuls 1 bis zum Hoch hier im Dezember 2022 bei rund 35.000 Punkten. Dann gab es nochmal eine Korrektur bis zum März 2023 und dann einen Schlusskurs über dem Impulsende im Juli 2023. Und dann nochmal quasi so eine bullische Kerzen-Formation und dann drei kleine Kerzen haben und dann eine bullisch einhüllende zweite Aktivierungskerze von diesem 1, 2, 3er Boden. Und jetzt sehen wir eigentlich eine Serie aus einmal einem höheren Hoch, höheren Tief, höheres Hoch. Und haben jetzt eben auch aus dem 1, 2, 3er Boden mögliche Kursziele, die man nach oben ableiten kann, das Maximale dieser Kursziele liegt bei 423,6%. Also eigentlich wie immer genau die Höhe von dem ursprünglichen Impuls, um diese Fibonacci-Verhältniszahl nach oben verlängert. Da kommen wir dann raus bei rund 61.900 Punkten. Dieses Ziel nach oben, das sind rund 40%, das kann man ja auch abmessen. Nach oben also rund 45%, nach unten sind es allerdings 50% Risiko. Und das ist das, was ich eingangs meinte, ist nicht mehr so ganz attraktiv für taktische Neueinstiege. Für Anleger, die da jetzt einsteigen, der Boden wäre eben erst zerstört bei 28.584, wenn wir da drunter gehen würden. Darüber wäre er immer noch intakt, unter 34.948 wäre er in Frage zu stellen. Ja, das ist die Situation. Also kurzum, der Zug ist schon abgefahren. Wir haben eine laufende Rallye im Dow Jones. Das Potenzial ist durchaus gesetzt aus zyklischer Sicht, dass es noch weiter geht. Wie gesagt, bis Juli nächstes Jahr, Dezember möglicherweise hier auch mal eine Pause gegen Bewegung. Und übergeordnet dann auf dem Weg nach oben sind mögliche Widerstände bei 45.244, 51.608 und dann 61.904. Das soll es erstmal gewesen sein. Das ist ein Update hier zum US-30 Cash CFD und das Ganze aus zyklischer Sicht und eben auch aus charttechnischer Sicht. Eure Meinung würde mich natürlich dazu interessieren. Glaubt ihr, dass hier die Rallye noch weiter gehen kann? Ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Bis dahin.